Hallo, ich bin's wieder mit Eloy. Wir machen heute eine neue Folge Reisen vor Bidden West. Und da die letzte Hauptfest so lange gedauert hat, etwas Abwechslung. Ich bin jetzt in der Nähe von den Reliktruinen in Niemandsland. Damals konnte ich das nicht machen, als ich da vorbeigeritten bin, wegen diesen Feuerklimmern. Jetzt habe ich den Stab und kann diese Feuerklimmer entfernen. Das heißt, aktivieren wir die Quest Niemandsland. Vier Fertigkeitspunkte habe ich schon wieder. Wahnsinn. Das geht zu schnell. Ich werde die nachher vergeben, nach den Reliktruinen. So. Ich würde sagen, wir gehen da hinein jetzt. Eine Ruine der alten Welt? Was wohl im Inneren ist? Die Tür ist wohl verschlossen. Genau. Vielleicht führt noch ein Weg rein. Und da war eine Feuerblume. Kann ich mich noch erinnern. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Genau. Da war die Kiste. Also die Kiste lag da drüben. Die habe ich dann schon hierher gebracht. Damit ihr es wisst. Und da habe ich auch schon hier. Die Kiste lag hier. Und das habe ich schon aufgemacht. Trotzdem hat er es mir nichts gebracht, weil man muss einmal da rauf. Und man kann auch, da ist ja eine Blume, genau. Den entzünden wir mal. Und dann was, ja. Na also. Sind wir jetzt schon drinnen. Ich weiß gar nicht, habe ich den Code letztens bekommen? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, schauen wir mal. Stromterminal. Eine Energiezelle brauchen. Anscheinend braucht das Ding Energie. Könnte nützlich sein. Da ist der VIP-Schlüssel. 2204, merken bitte. Das ist ein Ladeterminal, ja. Ja, jetzt müssen wir da rüber. Die anderen, den anderen Feuerklima. Dann wieder hoch. Ja. Aber da war ja eine Kiste, oder? Und das ist abgebrochen, genau. Somit muss ich jetzt eine Kiste besorgen, auch noch. Weil da drinnen war ich ja schon, da bin ich so durchgekommen. Und das ging es ja gar nicht, sondern es ging darum, dass die zweite Pflanze... So, was sich draußen befindet. Und die müssen wir uns zuerst kümmern. Also gehen wir nochmal hoch. So. Auf die andere Seite. 12204. Der zweite, wo war er denn? Der zweite, wo war er denn? Müsste eh auf der Karte verzeichnet sein. Hier ist er. Wo war er denn? Wie soll es? Mir geht das. Oh, mir geht das. Oh. hier haben wir eine energiezelle eine energiezelle aber sie scheint hier zu sein ja die können wir laden wir haben hier drüben ein ladeterminell jetzt müssen wir sie rübertragen das ding in der wand braucht wohl strom aber eine leere energiezelle wird nicht viel ausrichten ich glaube ich kann die energiezelle in das gerät stecken ich weiß es nicht wie lange man das laden muss aber entfernen wir sie einfach wieder das wasser hat die energiezelle entladen das wasser hat die energiezelle entladen das wasser dann dürfen wir nicht das wasser gehen so das ist es gleich wie es gibt es einen weg Da muss es noch was geben... Ah ja genau, letztens war da drüben eine Kiste, wie soll ich sie. Dadurch kriege ich sie nicht. Mit einer Kiste könnten wir die transportieren. Da komme ich auch nicht an sie ran. So, geht es jetzt vielleicht? Nein, niemals. Vielleicht kann ich die Energiezelle irgendwo drauflegen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und es gibt nur diese Kiste, die andere ist draußen. Ja, das hat sich verhakt. Ja, sehr klar. So, ein Stückchen rüber. Nicht mit dem Baum. Und nicht mit dem... Jetzt. Ich sehe schon was. Hat sich verhakt. Dort ist ja... Seht ihr das dort? Da kommt die Kiste nicht rüber. Dann muss ich von hier. Ich hoffe, das ist nicht zu weit. Jetzt. Da wird man halt manchmal schmutzig. Außer dann brauche ich sowieso eine Kiste, weil ich muss ja da hoch und bin da letztens abgestürzt. Ich habe sie schon versucht ohne den Feuer-Klimmer-Stab, ja. Deswegen sage ich... Sind die einige... Also... Das zeige ich euch auch gleich. Drehen wir sie mal ab. So liegt sie schlecht. Nicht drüber. Dann sollte es gehen. So. Passt. Ähm... Hier nehme ich. War auch eine Wand. Also die musste man zuerst einreißen, ja. Ziehen oder... Ich weiß nicht. Wie geht es nicht? Jetzt kann ich gleich noch mal sitzen. Ja, das machen wir lieber langsam. Oder... Einfach schieben. Nicht! Loslassen. Puh. Oh! Passt. So, Energiezelle einsetzen. Weg hoch, 2-2-0-G, das wissen wir schon. Wir haben ja vorher vieles Zeit. Jetzt brauchen wir die Kiste. Wo waren denn diese Knitschen? Da waren wir. Da bin ich letztens nicht zurückgekommen, weil was abgerissen ist. Da hätte ich letztens schon eine Kiste benötigt. Und durch die Feuerklimmer hat sie immer wieder gesagt, komme ich dann wieder. Da habe ich mir gedacht, okay, schade. Muss ich das später machen? So. Hier, eventuell. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Hä, 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 was denn das für rostet? 2, 2 ... Null. Scheiße! Schau. Das Wichtigste, das Ornament. Zwei Fertigkeitspunkte und ich habe jetzt, glaube ich, sechs Fertigkeitspunkte. Ich muss die mal vergeben. Das war es eigentlich schon hier. Das Relikt war das Wichtigste und natürlich könnt ihr schauen, was ihr noch looten könnt. Ich habe hier eigentlich schon den meisten Loot abgegrast, wie ihr seht. Hier gibt es noch ein altes Fass. Ja, auf jeden Fall, das war es eigentlich schon. Ich wünsche euch wie immer alles Liebe, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.